Musik Jojojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Hero Ich bin immer noch hier in der Höhle, hab mich jetzt gerade hier eingegraben, um die letzte Folge zu beenden Und wir sind immer noch im Nichts, unten in der Höhle, wie ich schon gerade gesagt hab Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Gold Ich hab in letzter Folge 22 Diamanten gefunden Und ich weiß immer noch nicht, also ich hab natürlich, weil die Folge ist natürlich da direkt danach aufgenommen Deswegen weiß ich noch nicht genau, welche, ähm, deswegen weiß ich noch nicht genau, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt Weil das ist für mich immer noch der selbe Zeitpunkt, wie ist das? Und, wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal meinen Gold zusammenzukriegen Also ich hab jetzt insgesamt 28 Ich brauch 31, eigentlich dürfte, ne 32 brauche ich, eigentlich reicht das schon, oder? 8 brauche ich für 1, ja, okay, dürfte eigentlich reichen Dann werde ich mir erstmal diese Höhle markern Hab ich überhaupt andere Sachen hier markieren können? Nö, aber ich merke mir das einfach mal Also hier oben bei diesem Strand Werde ich auf jeden Fall das nächste Mal nochmal hinkommen Und werde mir dann nochmal hier schön die, äh, die Höhle auslooten Denn hier gibt's ja mega viele coole Sachen Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier unbedingt nochmal ein Dungeon finde Was ich auch nicht wirklich will Aber, ähm, hier ist bestimmt nochmal irgendwo sogar ein Dungeon drin Weiß ja nicht, warum Das verstehe ich total nicht Golden Orberry Bash Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Dingen dann machen kann Schreib's dann einfach mal in die Kommentare Die hier, die Hexen-Experten, die das wissen Die können mir da ja weiterhelfen Und, obwohl ich eigentlich rauch... Okay Obwohl ich eigentlich rauswolle aus der Höhle Ähm, scheine ich immer tiefer rein zu gehen Weil ich immer ab und zu was sehe Was ist das denn da? Soll ich Angst haben? Was seid ihr? Hä? Hä? Okay Ich geh mal lieber weg, bevor irgendwas Böses passiert Ähm Wenn ihr wisst, was ist, schreibt mir in die Kommentare Ich hab überhaupt keinen Plan, was das sein soll Entweder ist es was Gefährliches oder was total Geiles Am Ende ist das was voll Seltenes Was irgendwie fast nie auftaucht Und ich hab überhaupt keinen Plan, was das sein soll Aber irgendwie hat mich das gerade verwirrt Ich kann's auf jeden Fall nicht mitnehmen Und, äh Ich kann's auf jeden Fall nicht angreifen Ich schreck mich jedes Mal, wenn ich über diese Scheiße drübergehe Ich weiß überhaupt nicht, was die Dinger bringen Mein Gott Und hier scheint wieder ein Dungeon zu sein Also ein kleines, normales Dungeon Nein, das scheint größer zu sein Oh ja, das scheint viel größer zu sein Yo, Looting Time Juhu Gut, dann werde ich mal ein bisschen was mitnehmen können Und, äh, ich hab gesehen Man kann Und man kann, äh, ja, auch diese Cloud Boots Die ich mir später machen werde Kann man auch enchanten und sowas Das werde ich auch noch machen Später, wenn ich das Ding renne hier ab Stirb Stirb Oh jawoll, Essens Dungeon Komm, stirb Das werde ich erstmal ausleuchten müssen Äh, und ich nehme mir am besten erstmal Lol Ich hab gedacht, du wärst tot Okay, komm, los Okay, ich mach erstmal ganz, ganz schnell hier die Spawner weg Pam So, und eben hier ausleuchten So, ich muss mir unbedingt mal Äh, ist hier irgendwo Kohle drin? Ja Was? Halt's Maul Ich werde mir erstmal hier die ganze Kohle am besten mitnehmen Und mir ein paar Fackeln machen Denn das wäre ein bisschen blöd Wenn ich jetzt hier ohne Fackeln reinlatsche Zack Übrigens, dass ich das, äh, so alles verteile Also, dass ich zum Beispiel Items so hier verteile Das mache ich, indem ich links geht gedrückt hatte Weil letztens hatten das welche unter der letzten Folge gefragt So Äh, das ist meine Kiste, halb ist es hier Toll Dann werde ich mal ein bisschen Crap abladen müssen Das hier brauche ich nicht Das hier brauche ich auch nicht Das tue ich einfach mal weg Äh, brauche ich echt nicht Das auch nicht Auch nicht Nö Das behalte ich mal Weil ich weiß nicht noch nicht so genau Wo ich damit anfangen kann Das tue ich mal hier hin Das kann weg Die Bounce kann ich relativ gut gebrauchen Und das brauche ich auf jeden Fall Da ist da Essen drin, was ich gebrauchen kann Nö Das nehme ich aber alles mal Mit Weil Essen, ne Ist immer gut Kinder Ihr müsst alle ganz, ganz fett werden Das nehme ich auch mal Oh Junge Okay, ich nehme am besten jetzt nur noch die guten Sachen mit Also sowas, was halt fertig ist Und sowas wie Bios und so ein Pack Sowas hier ist fertig Dann tue ich das hier auch mal rein Zack, 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 zack Geht das nö Dann werde ich das mal da rein tun Und die Tripwires kann ich auch auswechseln Und die Schilder Die Schilder sind nicht so wichtig Und das hier ist auch nicht so wichtig So Äh Das nehme ich mit Und das kann weg Okay, das Chicken mag ich auch nicht unbedingt Ich bin nicht so der Chicken Fan Das kann weg Das kann weg Und dann Weiter hier Holy Moses Okay, du greifst mich an Äh, mir wurde auch geschrieben Ich soll die nicht töten Weil die eigentlich total rasen Aber die droppen geile Sachen Deswegen Oh Gott Werde ich die töten Oh, holy Jesus Oh, stirb, stirb, stirb Komm, los, go Ich hab richtig Angst vor den Viechern Oh, Junge Dass die auch wieder alles gedroppt haben Auch wieder diese ganzen Essenzen Und so ein Kack Oh, lol Los, stirb Los, stirb, stirb, stirb Oh, Jesus Christ Oh, Gott Oh, Gott Ich muss wieder ein bisschen ausleuchten Juhu Oh, heilige Scheiße Naja Ob die das unbedingt aufhalten würde Nicht wirklich Nein Oh, lol, lol Oh, Gott Oh, Gott Oh, stirb Komm Oh, Gott Stirb doch Stirb Los, stirb Komm, du bist doch fast down Oh, hide that cheap Oh, komm Lol, warum sind das so viele Zombies WTF Oh, und jetzt juckt man die Nase auch noch Schlimmer kann es gar nicht mehr werden Komm Stip, 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 stip Ist das auf dem Server? Ne, ist er nicht Mach bestimmt gerade sein Intro Der gute, der cheap Oh Junge, das stresst mich so übel Locker, easy Wie Kokain Hier Kader mit Und schnell hier zumachen Alter, alter Ich werde die mal Lol Ich werde die mal alle nach und nach am besten machen Die Räume Und deswegen werde ich den hier erstmal zumachen Komm Los, komm Los, los, los Das ist gerade ein bisschen stressig für mich Ich werde auch eben mal das hier zerstören müssen Oh, nein Komm, stirb doch endlich Aber man, ich will auch irgendwas zum Blocken Irgendwas zum Zumachen hier Oh Scheiße, ey Okay Oh, wartet kurz So, jetzt muss ich mir eben Mein Wo haben Ich Da Auto City Kommt mir eben auf dem zweiten Bildschirm Damit ich wieder Die Zeit sehe Und Dann geht es hier weiter Oh Oh So Nichts besonderes Noch zu essen Wenn du stirbst Jetzt können wir es wieder sterben Hier scheint irgendwo eine Tür zu sein Äh, ich mache mir jetzt mal nicht die ganze Zeit die Mühe Die Dinge abzubauen Aber das hier ist gerade ein bisschen ätzend da oben Habe ich irgendwas zum Zumachen Nö, also das würde ich nicht unbedingt benutzen Ich tue das doch mal eben da hin Ich weiß immer noch nicht, was dieses Lawn ist Ich werde es aber mal eben benutzen Um das hier zuzumachen So, ihr werdet jetzt mal eben etwas verrecken Danke Stirb, bitte Danke Wo ist denn hier der Spawner, WTF Da So Du stirbst Und Du stirbst auch Bitte, danke So, aber ist ja eigentlich relativ leicht hier durchzukommen Weil Ich habe ja Hier relativ gute Rüstung und so Und so viel können die mir im Moment ja nicht anhaben Also war auf jeden Fall Ist auf jeden Fall Ist auf jeden Fall etwas einfacher als das Dungeon vorher Wo die mich direkt zerbrettet haben Jesus Also es stresst mich voll sowas Weil ich einfach die ganze Zeit so Voll den hohen Puls habe Weil ich will hier unbedingt überleben Stirb Ah, komm, komm Du gehst down Und du auch Ich muss jetzt mal wieder Flackeln machen Das wird Uh Ah, nee Ich dachte mir so Oh, das sieht schön aus Das muss gut sein Aber es ist nicht Äh, die Strings kann ich wegtun Dafür nehme ich aber einfach mal das hier mit Man weiß ja nie Und Die Kohle behalte ich mal eben kurz Und dann habe ich hier noch Holz drin Ja Dich nehme ich Und dann einmal die Kohle Vielen Dank Und die Bögen können eigentlich weg Weil ich brauche mich auch mit den Bögen Da hätte ich nicht so gerne reingeguckt Was ist hier drin? Ich habe nur Brot Brot machen So Ich kann es jetzt kaputt machen Danke Vielen Dank Für das zerstören So Und Du lässt mich bitte vorbei Lass mich vorbei Danke Dann werde ich mal eben hier ausleuchten Damit hier keine Scheiße mehr spawnt Da ist ein Essen drin Ich suche noch irgendwelchen coolen Sachen Die hier irgendwo Äh, die ich irgendwo looten kann Irgendwelche netten Sachen Hier war ich Also hier komme ich her Dann ist das hier der nächste Raum Aber meine Pickaxe ist Okay Ich habe noch die Die haben meine Pickaxe Gut Ich wollte gerade sagen Meine Pickaxe ist fast down Aber das ist ja Total bescheuert So Stirb 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 Wow Wow Zombie Invasion Was So Und Wie scheiße ist auch Ich nehme jeden Mister hier mit Wegen meiner Magnetischen Rüstung Oh Da habe ich was Schönes gesehen Du stirbst Und Dusch das Ausleuchten Wow Hä, was Warum hat das Skelett Ein Zombie Kopf WTF So 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 Wow Nicht wieder sowas Oh Nicht wieder sowas Oh Wither auch Zum Glück ist der gestorben Ey WTF Oh Was hier alles rumschwebt Was schwebt Nee, alles rum Was ist das denn Ich drück meinen Arm auch noch Ice Arrow Okay Brauche ich nicht unbedingt Das kann weg Kann weg Nice Okay Moinsen Äh Dann kann das auch weg Und das auch Und der Ist sofort geläftet Warum auch immer die Zahm ich so drin spawnen Das hier sieht cool aus Auf jeden Fall Rotten Flash Ach nee, das kann ich behalten Da kann ich ja Leder raus machen Ich tracke Ist hier irgendwas cooles Wow Diamond Plated Scale Boots Nice Okay, nehme ich mit Hexical Essence Die nehme ich auf jeden Fall mit Weil Daraus kann man nämlich die Viehfristung machen Und die will ich mir unbedingt machen Also es ist Voll der Traum Von mir Stift Was ist denn da drin Oh Gold Bomb Und du Stipst Bitte Danke Boah, ich habe wieder richtig viel Gold gefunden Los Also Das deckt ja schon meinen ganzen Goldbedarf Habe ich so das Gefühl Ich würde dich gerne mitnehmen Danke Aber wo ging es denn noch lang Wo ich noch nicht war Ich glaube hier war ich nur noch nicht Oder Ist hier Long Darf ich das? Danke So Trouble Chestpiece Okay Nehme ich mal mit einfach Ich habe irgendwie gehört Ich könnte hier rechts klicken Ich finde das Jo Und dann kann ich die hier nochmal rechts klicken Ne, kann ich nicht Okay, gut Äh Dann tue ich das mal hier weg Und dann habe ich die nämlich Kann ich das hier mitnehmen Hier ist aber bestimmt noch irgendein Crap Den ich nicht brauche Bestimmt Sowas wie Die hier Die brauche ich nämlich nicht Dann kann ich nämlich anstattdessen Schmal die Tiers darin tun Und dann Lol Eine fancy Lamp Cool, dann nehme ich die auch mit Gold Ingot Gold Ingot Okay, also den Also ich könnte mir 20 Boots machen Aus dem was ich hier finde Das kann ich jetzt wegtun Das Leder möchte ich auch gerne mitnehmen Kann ich doch anstattdessen Das hier wegtun Oh Junge Ich bin einfach nur am loopen Und ich finde es so viel scheiße Aber ich weiß nicht unbedingt Ob ich das hier alles mitnehmen möchte Das Iron Shield Naja Bin ich nicht so geil drauf Also sieht auf jeden Fall nicht so spektakulär aus Aus Irgendwas gut Ich werde jetzt nicht beruhigen Ich werde jetzt nicht sterben Danke Vielen Dank Dass du gestorben bist Und hier kommt auch nochmal ne Tür rein Und hier kommt auch einfach nochmal ne Tür hin Denn ich will unbedingt gerade mal eben Oh yo Yo Und Steph Den kann ich auch gebrauchen Denn Was hab ich denn jetzt überhaupt Irgendwas hab ich mir jetzt gerade so gedacht Ach ja genau Ich brauch fucking Cactus Clothelm Naja Ähm Das also Cactus Zeug Hab ich gehört Wäre nicht so gut Also nicht so mega gut Deswegen mach ich mir das nicht unbedingt Und in dem Fall werde ich jetzt auch mal Ich scheiß mal auf das hier Weil das kann ich total easy enchanten Du läufst weg Und dann kann ich nämlich das hier Kann ich nämlich Warum hab ich das nicht einfach so Ich Idiot Die Lelypads kann ich hier lassen Die finde ich vor meiner Haustür Zehntausendmal Und den Reinforced Bow Ich weiß gar nicht ob der so gut ist Aber den Steph möchte ich unbedingt mitnehmen Weil daraus kann ich tolle Sachen machen Und Wie es aussieht Geht es hier weiter Oh hier geht es sogar noch weiter Ich dachte das wäre schon Gut Oh warte mal Ich wollte mir doch erstmal Fackeln machen Das Idiot Dann mach ich doch mal eben kurz mal so Boah Da muss ich ja direkt husten hier Das ist weil ich so gestresst bin Hey Gut Dann mach ich mir erstmal hier Zack 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 Und dann kommt das weg Das kommt da hin Und das kommt So Zack Und das kommt weg Gut Mehr brauch ich nicht Und weiter geht's Pam pam Oh Hier war ich wohl scheinbar schon Aber hier ist noch irgendwie Was gefunden Brauche ich hier schon Ja hab ich ja noch schon gelootet Essen Essen Äh Skelett Geht es hier weiter Jo Hab ich ausgeleuchtet Aber Gut Hab ich auch noch mal Gut Level bekommen Gut dann werde ich jetzt erstmal Bevor meine Zeit wieder ausläuft Werde ich jetzt erstmal Nach oben gehen Einfach nur nach oben So 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 Schnell nach oben Filme mich noch nach Hause Und hier werde ich auf jeden Fall noch Luft kriegen Zack Und dann kann ich hier auch lang So Habe ich mein Boot parat Das wäre nice Wenn ich nur erstmal hier hochkomme Schwimm schneller Erst nochmal eben So Und Zack So Und ab nach Hause Zum Glück Puh Hab ich das doch auch nochmal geschafft War doch nochmal ein kleines Abenteuer da unten Und ich hab mega viel gelootet Also jetzt hab ich wieder unheimlich viele Sachen Ich glaube ich muss langsam bald mal Mein Kistenlager erweitern Und meine Rüstung ist richtig down gegangen Ach du Scheiße Scheiße Stimme im M Muss hier nochmal lang Ah ich geh einfach da lang So Komm go 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 Perringus Da kannst du auch direkt auch die Die Boots könntest du sogar direkt hier vorne machen Und die Welt lädt wieder nicht Dann steh ich doch mal eben hier aus Weiter rennen Weiter rennen Weiter rennen Ich hab mir überlegt Ich mach die Boots doch nicht hier vorne Und renne erstmal nach Hause am besten Bevor ich nämlich hier meine Zeit mit Craften verbringe Lauf und bleib nicht stecken Du Trottel Okay bin ja fast zu Hause Laut der Map Die seht ihr aber nicht Weil da bin ich drüber Hehe Jihihi Ich hab die nämlich irgendwie Also ich hab mir so überlegt Was ich denn überhaupt Wo ich die Kamera hin tun sollte Und irgendwie Links und rechts fände ich blöd Und keine Ahnung Die Kamera ist total unnütz für euch Deswegen hab ich mich einfach mal drüber gepackt Hast du mich erschreckt Rossi haltet das für ne blöde Idee Dann schreibt das in die Kommentare Yeah Und weg hier Dann wird nämlich Also ich weiß nicht Ob ich das alles noch gecraftet kriege In dieser Episode Denn ähm Ich hab jetzt nicht mehr so viel Zeit Zumindest bin ich erstmal safe hier zu Hause In meinem kleinen Home Und dann werd ich auch mal Diesen ganzen Crap hier weg tun Weg 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 Und das kommt auch weg Und die Kiste auch Und was auch immer Ich mit diesem Zeug hier anstellen kann Und die Kiste nehm ich mit Und ich hab noch mehr Kisten Dann mach ich mir eben hier Pam 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 Und das kommt alles da rein Die fancy Lamp Die stelle ich erstmal hier kurz hin Was zur Hölle Ich würde eigentlich so hinstellen Kann die an und aus machen Kann auch nicht Ich hab mich einfach erstmal dahin gestellt Die Bombe tue ich da hin Das tue ich alles da hin Das tue ich auch da rein Und jetzt Kommt das Zeug Das ganze Essen kann ich auch mal wegtun Ich hab so viel Essen Was? Machst du das? Ich glaube ja Das Essen kommt alles mal hier rein Zack, 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 zack Und dann tue ich mal hier Hier tue ich wieder die Bücher rein Ja komm halt die Schnauze Ich hätt's schon Schnauze Oh Juni ist das nervig Ekelhaft Okay, jetzt hab ich meine Crafting Bench aber weggetan Ich trottel Meine Dears tue ich einfach mal da rein Zack Die Crafting Bench kommt da hin Gut, dann werde ich erstmal das hier machen können Eins Zwei Drei Vier Eins Zwei Drei Vier Und dann kann ich mir schön meine Cloud Boots machen Yeah, yeah, yeah Ich bin der Rich Nigger Oh yeah Boah, ich hab so geiles Zeug hier mitgenommen Das tue ich einfach mal da hin Und jetzt kann ich nämlich diese scheiß Magnetize Boots ausziehen Und für die Leute, die die Cloud Boots nicht kennen Ich demonstriere die jetzt einfach mal kurz Anderes Zeug kann ich in der nächsten Folge craften Guck mal wie hoch ich da springen kann Das ist so geil New, new Und bevor ich irgendwas mache Ich werde mir die erstmal hier dick enchanten Äh, ich bin jetzt zwar schon über die 21 Minuten Aber dafür hab ich die letzte Folge was kürzer gemacht Protection Äh, mach ich Da hab ich das, äh, ne Und so Ne, man gönnt sich ja sonst nichts Protection Äh, Unbreaking mach ich mir mal Jo Warum denn nicht Mach ich mir auch mal drauf Äh Feather Falling brauch ich ja nicht Cold Touch Okay Acht Level Vielleicht ist Cold Touch ja dieses Dass man irgendwie über Über Magma Äh, über Wasser laufen kann Oder sowas Magnetization wäre doch auch noch Ne, brauche ich hier nicht drauf Äh, Vitality Blood Afterlife Naja, okay, gut Darauf damit Und jetzt kann ich die nämlich auch immer wieder Äh, reparieren Soweit ich weiß Ist das jetzt, dass ich hier Äh, über Wasser laufen kann Geh mir doch erstmal hier hin Und ich beende die Episode dann am besten im Haus Also wenn euch die Folge gefallen hat Okay, das scheinbar nicht Wenn euch die Folge gefallen hat Dann, äh, lasst an der Post die Bewertung da Das ein Klick Und das hilft mir unglaublich weiter Wenn euch das Video gefallen hat Dann schreibt es auch auf jeden Fall in die Kommentare Und schreibt auf jeden Fall rein Was ich das nächste Mal machen soll Und für mich war es das dann Ich sag dann einfach mal Bis zum nächsten Mal Haut rein Wof 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 Wof